Hi Leute, ich bin Alex, Azubi aus dem ersten Lehrjahr und heute fragen wir mal Katja nach ihren Erfahrungen aus der HR-Welt. Kommt mit. Hi Katja. Hi Alex. Ich habe mal drei kurze Fragen für dich. Ist das okay? Na klar, schieß los. Gut, erste Frage war nochmal. Welche Herausforderungen sind dir auf deiner Laufbahn bisher begegnet? Oh, da gibt es eine ganze Menge, Alex. Aber gucke ich mal auf die letzten fünf Jahre, da war die größte Herausforderung unser Zusammenschluss. Wir haben zwei große Organisationen zusammengebracht und da die Leute, die Menschen hier, unsere Mitarbeiter mitzunehmen, an die neue Arbeitsweise, an gemeinsame Teams zu bringen, das war so die größte Challenge für mich. Und wie hat sich dein Job eigentlich in der letzten Zeit verändert? Durch das mobile Arbeiten, was wir ja seit fast drei Jahren haben, dass die Leute sehr, sehr, sind die Leute sehr digital. Wir sind ganz viel digital unterwegs und so habe ich die Möglichkeit, da ich ja in einem zentralen Standort arbeite, mit allen eher digital viel schneller, auch in Terminen über Teams zu teamen. Und das bringt uns dann auch wieder ein Stück näher, weil wir schneller sind. Und das freut mich ganz besonders, weil es ja darum geht, mit Menschen hier zu arbeiten. Jetzt noch eine kurze letzte Frage. Welche Tipps kannst du mir noch auf den Weg geben? Ich finde, begeisterungsfähig zu sein, offen, wissbegierig und neugierig zu sein und genau mit diesen Eigenschaften loszulaufen und zu finden, was liegt dir, woran hast du Spaß und was willst du in deinem Berufsleben machen? Danke dir.